Ich bin hier an der wunderschönen Domorgel in Innsbruck. Eine Pirchner Orgel. Ja, Pirchner. Meine erste. Daraufhin meinte der Kanto zu mir. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Mein Leben war vorher nichts wert. Also dies ist echt eine unglaubliche Orgel. Was für ein Prospekt. Historisch Prospekt. 17,20. Sieht auch von unten einfach unglaublich aus. Vor allem wenn die Sonne drauf scheint. Achso, jetzt geht das schon wieder nicht. Was für eine Orgel. Was für eine Orgel. Was für ein Raum. Was für eine Akustik. Was für ein Raum. Mit der letzten Rückpositive. Was für ein schönes Glocki-Decken-Gemeinde. Was für ein Raum. Was für ein Raum. Was für ein Raum.